Hi Leute, grüßt euch, Dark Shark hier. Wir spielen eine Runde Anno 1800 und ich zeige euch in einer Minute, wie man von der Bauernschaft zu Arbeiterschaft aufsteigt. Als allererstes Geschwindigkeit runter, als nächstes den Kontor versetzen, die Ressourcen aus dem Schiff nehmen, dann ziehen wir unser Straßennetz, als nächstes Holzfäller setzen, Sägewerk daneben und natürlich ein Lagerhaus. Jetzt können wir schon anfangen Bauernhäuser zu ziehen, als nächstes nicht vergessen den Marktplatz versetzen, jetzt drehen wir die Geschwindigkeit wieder hoch, dann setzen wir unsere Fischerhütte, als nächstes die Bedürfnisse stillen, Brennerei gegenüber, Lagerhaus nicht vergessen, Schäferei setzen, Näherei für Arbeitskleidung, dann bauen wir unser Wirtshaus und als letztes lassen wir unsere Bauern aufsteigen zur Arbeiterklasse. Wir sehen uns, ciao ciao und adios amigos.